Bling! Witch! Wow! Ich fange erstmal mit den Mechaniken an, wovon wir diesmal ein paar mehr haben, deswegen das ein bisschen kurzer angerissen. Dann die Limited Team, die diesmal alle um eine bestimmte Tierart gehen, also das wird auch wieder richtig witzig. Dann der Removal, den man auf jeden Fall einpacken sollte in seine Decks, damit man mit den ganzen Bedrohungen fertig werden kann, unter anderem mit den Bomben, die stärksten Karten in den Rares und Mythics, die ich euch dann natürlich auch noch zeigen will zum Schluss. Okay, wir gehen direkt los mit den Mechaniken, da zeige ich jetzt gerade nur so ein paar Beispiele. Es geht los mit den Eichhörnchen, die auch als ihr Limited Thema so ein bisschen dieses haben mit Hamstern. Das sehen wir hier bei Camellia, die Saathorterin. Zwei Hamstere hat sie ganz unten stehen. Das ist eine Art, was zu bezahlen, also es macht immer irgendwas anderes. Zum Beispiel macht sie dann eine Plus-Eins-Eins-Mark auf jedes andere Eichhörnchen. Und um zu hamstern, schickt man drei Karten aus seinem Friedhof mit Sextil oder opfert eine Speise. Also damit bezahlt man einfach Fähigkeiten oder Extrakosten von Karten. Was auf den Mäusen sehr viel ist, ist tapfer. Aber das ist ein bisschen wie Heroic, also dass die Mäuse selber angezielt werden wollen mit Zaubersprüchen oder Fähigkeiten. Das ist das Besondere in dem Set auch so ein bisschen. Dann kriegen sie was. Zum Beispiel der Nesselwächter kriegt dann bis zum Ende des Zuges, wenn das zum ersten Mal angezielt wurde, plus 0, plus 2. Dann ist dann eine 3, 3 für 2 Mal. Das ist ja ziemlich gut. Was, was übergreifend in fast allen Themen ist, ist Nachwuchs. Das ist eine der Hauptmechaniken auf jeden Fall des Sets. Die sagt, wenn du den Zauberspruch wirkst, kannst du was zusätzlich bezahlen. Also wieder eine Art von Kicker. Und beim Donnerfallentrainer, das ist zum Beispiel Nachwuchs 4. Dann zahlt man 6 Mana, aber bekommt eine Kopie vom Donnerfallentrainer, die ein 1-1 Spielstein ist. Also jeder von diesen Zauberern, Abenteurern, was auch immer, bringt immer noch seinen Nachwuchs mit seinem Kind. Was die gleiche Fähigkeit, wie er hat, nur halt eine 1-1er ist. Was bei Donnerfallentrainer jetzt keinen großen Unterschied macht, aber es ist einfach eine mega niedliche Mechanik. Und bei ihm auch ziemlich stark, wenn man dann zweimal den Effekt hat, dass man von den obersten vier Karten der Bibliothek eine Nicht-Land-Nicht-Kreaturkarte offen vorzusehen auf die Hand nehmen kann. Das ist schon ziemlich gut. Dann sind die Klassen wieder da. Die kennt man aus Dungeons & Dragons noch. Das sind einfach nur Verzauberungen mit coolen Artworks, muss man jetzt hier sagen, denen man Zusatzfähigkeiten kaufen kann in Hexereigeschwindigkeit, indem man die Mana-Kosten für Stufe 2 und danach Stufe 3 bezahlt. Stufe 1 kommt sowieso. Wenn man sie spielt, dann muss man Stufe 2 freischalten, dann Stufe 3 und dann hat man allen Text auf der Karte für sich freigeschaltet. Eine ganz alte Mechanik, die jetzt seit Ewigkeiten mal wiederkommt, ist bei den Ratten zu Hause in blau und schwarz und das ist nämlich grenzwert. Grenzwert ist immer, dass die Karten irgendwas extra machen oder irgendwas extra haben, sobald man sieben oder mehr Karten im Friedhof hat. Es gab in den 90ern schon viele Karten zu und jetzt ist das mal wiedergekommen. Dann haben die Waschbären in Rot und Grün viel, dass sie aufbieten wollen, also dass sie viel Mana aufbieten wollen, heißt das in dem Fall. Also der Überfluss des Hortas zum Beispiel sagt, wenn das Spiel kommt, immer wenn man vier aufbietet, legt man eine Marke drauf. Vier aufbieten bedeutet, dass du im selben Zug vier Mana ausgegeben hast. Also sobald das vierte Mana ausgegeben ist, dann triggern diese Effekte. Und dann auch eine der Hauptmechaniken, die in vielen Farben, eigentlich in allen Farben ist, ist Verschenken. Und in dem Fall zum Beispiel bei Waffenruhe, bei Morgengrauen ist das Verschenke eine Karte. Man kann dem Gegner sagen, du kriegst eine Karte, wenn man den Zauberspruch wirkt, dann zieht er vor den anderen Effekten der Karte eine Karte vom Deck. Das ist in Limited immer so eine Sache, will man wirklich dem Gegner eine Karte geben. Es gibt auch Sachen, die geben ihm getappten Fisch oder einen Schatz oder irgendeinen Food oder irgendwas anderes. In dem Fall hier kann das schon sehr wichtig sein, weil es gibt, wenn das Geschenk nicht verspricht, gibt es nur Fluchsicherheit an allen von euch. Wenn man auch noch das Geschenk gegeben hat, kriegt auch alles in Sportart zur Geschwindigkeit und Zerstörbarkeit. Und das ist für manche Block- und Kampfsituationen natürlich richtig, richtig wichtig. Da kann man dann schon bei dem Gegner auch eine Karte geben, wenn dafür sein ganzes Board dann weg ist. Das waren wie gesagt die Mechaniken. Dann gehen wir auf die zweifarbigen Themen ein. Da fangen wir mal an mit den Waschbären. Und ich zeige jetzt bei jedem die Signpost ankommen, also die Karten, die man aus den anderen Sets auch kennt. Dann aber auch eine Signpost kommen, also eine häufige Karte, die auch sehr genau zeigt, was die Typen machen wollen. Und dann noch zwei andere Karten in häufig bis unhäufig, die da sehr gut reinpassen. Bei den Waschbären ist das zum Beispiel der Wandermeer-Mentor. Ein 2-Mana-2-2-Waschbär-Bade, der, wie wir eben gesehen haben, das mit dem Aufbieten hat. Immer wenn man 4 aufbietet, also 4 oder mit dem Mana ausgibt, legt man eine Plus-1-1-Marke auf ihn. Und passenderweise gibt er uns auch rotes oder grünes Mana, wenn man ihn tappt. Also eine Ramp-Kreatur. Damit kann man dann natürlich super zum Beispiel die Schrottkling-Schergen spielen. 5-Mana-4-5. Wenn man die dann spielt, hat man ja 4 aufgeboten. Und sie macht von sich aus schon eine 4-5 als Trampelschaden. Und immer wenn man dann nochmal irgendwie 4 aufbietet in einem späteren Zug, kriegt sie Plus-2-Plus-1 bis zu Ende des Zuges. Also es ist dann eine 6-6. Das ist natürlich super. Da würde ich auf jeden Fall dann in den Boostern auch nach 4-Mana-4-4 suchen. Das ist immer eine sehr gute Ratio im Limited für starke Kreaturen. Und auch wenn man Nachwuchs natürlich dann noch extra bezahlen kann. Das ist dann auf günstigeren Kreaturen dann auch sehr gut. Das macht zum Beispiel der Rostschild-Wüterich. Das ist auch einfach eine sehr gute grüne Common mal wieder, der nicht von allen Kreaturen geblockt werden kann. Und auch in Rot der Tekan-Schleuderer. Als 3-4 bedrohlich, der auch sagt, immer wenn ihr 4 oder mehr aufbietet, macht dann nochmal jedem Gegner 2 Schaden. Da hat man dann eine schöne Skrull-Stompy-Deck am Ende zusammen. Dann als nächstes in Blau-Weiß, ganz klassisch Flieger und Vögel natürlich in Bloom Barrow. Aber die wollen ganz oft haben, dass ihr auch das mischt mit nicht fliegenden Kreaturen. Zum Beispiel der Federschwur-Mentor sagt, als 3-Mana-2-3 fliegend, immer wenn er oder eine andere fliegende Kreatur unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, leg deine Plus-1-Plus-1-Marke auf eine nicht fliegende Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst. Also in dem Set wollt ihr euch nicht das ganze Deck voll mit Fliegern hauen, sondern, was eigentlich immer passiert, wenn man einen Booster öffnet, die nicht fliegenden, die er dann auch noch gekriegt hat, auch noch reintun. Auch der Saatkapsel-Knappe für 4-Mana-3-3 fliegend sagt auch immer, wenn er angreift, er hält eine nicht fliegende Kreatur, die man kontrolliert Plus-1-Plus-1. Das kann dann zum Beispiel der Wasserstrahlwächter sein, ein 3-Mana-3-2-Frosch-Soldat. Also klar, dann tun wir die Nicht-Vögel auch ins Deck. Der kann aber notfalls sogar noch Fliegen kriegen, wenn man das da gerade braucht, die Evasion. Aber selbstverständlich lässt man dann sowas wie die Würgerwehr als 3-Mana-1-3-Fliegend-Doppelschlag-Wachsamkeit. Natürlich nicht außen vor. Und guckt vielleicht auch, ob man die dann boosten kann für die Inlimited-Dawn doch immer sehr guten Fliegerdecks. Nächstes Thema ist, wie wir gerade schon gesehen hatten, die Ratten mit Grenzwert. Also, dass die den Friedhof vollkriegen wollen. Ein klassisches Friedhofs-Deck mit Gezeitenrufer-Mentor zum Beispiel, eine 3-Mana-3-3-Bedrohlich. Wenn der Friedhof dann voll ist, seinen Grenzwert erreicht hat und ihn dann erst spielt, dann ist er auch noch so ein Bounce-Removal, weil er eine Nicht-Land-Permanent auf dem Spielfeld auf die Hand zurückgibt. Auch natürlich auch sehr gut. Der Gedankenbohrer-Angreifer, das ist die Common in dem Thema, das ist eigentlich eine 4-Mana-2-5. Keine gute Kreatur, aber mit Grenzwert eine 4-Mana-5-5. Das ist natürlich eine sehr gute Kreatur dann. Aber er selber kann auch sehr gut mit Überwachen-1, also ihr haut euch alles, was ihr vom Deck oben nicht braucht auf dem Friedhof, den Grenzwert erreichen. Also erstens ein guter Enabler für das Thema. Genau wie das Lichthüllen-Duo. 4-Mana-3-4 mit Bravour. Ja, die Fusion aus dem Ratten- und dem Otter-Thema. Die sagt, wenn es ins Spiel kommt, werdet man Überwachen-2 an. Damit kriegt man auch sehr schnell den Grenzwert hin. Meine Lieblingsratte in dem Set ist der hartnäckige Marsch-Pirscher. 2-Mana-3-1. Kriegt plus 1-plus-0 für jede andere Ratte, die man kontrolliert. Und wenn man den nicht aus dem Friedhof haut, der wird im Blade-Game noch sehr, sehr böse, wenn man dann den Grenzwert erreicht hat und dann mit einer oder mehreren Ratten angreift und er dann im Friedhof ist. Kann man 3-Mana bezahlen und den getappt und angreift aus dem Friedhof zurück ins Spiel bringen. Und dann auch ein geiles Artwork von Greg Staples. Nächstes Thema sind in Rot-Blau die Otter mit mal wieder einem ganz typischen Evergreen in den Farben, nämlich Bravour. Also jede Nicht-Kreatur-Zauber, die man spielt, gibt den Kreaturen plus 1 plus 1. Da hat zum Beispiel Sturmfang-Mentor 2-Mana-1 als Eile mit Bravour und er sagt, auch alle Spontanzauber und Hexereien, die man wirkt, kosten beim Wirken ein weniger. Also schön viele von diesen Spielen. Was sich da in letzter Zeit auch bewährt hat, waren Kreaturen wie der Sturmwindangler, 3-Mana-2-2 und immer wenn man nicht Kreatur-Zauber-Spruch wirkt, legt man eine plus 1-1-Marke auf ihn, also der wird dauerhaft größer. Da würde ich dann auf jeden Fall dann Perle der Weisheit in so ein Deck packen. Das ist dann nicht in 3-Mana-Ziel-2-Karten, sondern in 2-Mana-Ziel-2-Karten. Das ist schon ziemlich gut. Und natürlich auch der ganze Removal, am besten sogar noch, wenn er ein Cantrip ist, wie spielerischer Schubser. Hexerei macht einen Schaden, aber zieht auch eine Karte. Für 2-Mana. Hatten wir ja gerade schon gesagt, die Mäuse sind in Rot und Weiß, wie der Saatgläfen-Mentor zeigt, als 3-Mana-3-2-Wachsamkeit-Eile. Und die haben halt diese Tapfer-Mechanik, dass sie angezielt werden wollen von Zauersprüchen oder Fähigkeiten. Der wird dann zum Beispiel auch immer größer mit einer plus 1-1-1-Marke. Der Wachmaus-Veteran als 4-Mana-3-4, ganz schön krasse Werte für eine Maus, kriegt immer, wenn er angezielt wird, zum ersten Mal plus 1, plus 0 und Erstschlag und man macht auch noch Hellsicht 1. Natürlich muss man dann die ganzen Combat-Tricks in diesem Deck spielen und eine Aggro-Strategie ist in Boros natürlich auch immer gut. Marbella's Mood als Spontanzauber, der eine Kreatur plus 2, plus 2 und eine andere Kreatur plus 1, plus 1 gibt, kann sogar dann zweimal tapfer triggern, wenn ihr natürlich dazu gerade die Kreaturen habt auf dem Board. Und eine richtig, richtig gute Karte in dem Deck ist, denke ich mal, Waschbär-Zusammentrommler. Also nicht nur alle Mäuse reinpacken, sondern auch noch solchen gucken, weil der ist eine 2-Mana-2-2 und wenn der da schon liegt, dann in Zug 3, kann der eine Kreatur von euch, die man kontrolliert, Eile bis zum Ende des Zuges geben, als Hexerei, aber das ist eine Fähigkeit, die anzielt, deswegen triggert die tapfer, gibt unseren krassen Mäusen dann Eile und dann kann das Aggro richtig losgehen. In grün-weiß haben in Bloombarrow die Hasen und die haben eine Go-White-Strategie, was in Celesten ja auch nichts Neues ist. Da sehen wir zum Beispiel die Bauwächter-Mentorin, eine 2-Mana-Kreatur, die Trampelschaden verursacht. Ihre Stärke und Widerstandskraft ist gleich der Anzahl an Kreaturen, die du kontrollierst, also wollen wir ein breites Board aufstellen. Da hilft natürlich sehr die Herren des Hauses, als 5-Mana-3-2, die aber direkt 2-1-1-Kaninchen mitbringt, also ihre Kinder dann auch wieder mit in die Schlacht schickt. Richtig gut macht das natürlich auch Hobbeldi-Hop, 3-Mana-Hexerei, bringt 3 1-1er, weiße Kaninchen, Kreaturen-Spielsteine ins Spiel und der Droide des Spartens zeigt auch als 3-Mana-2-3, dass wir halt wirklich auch mit Spielsteinen arbeiten wollen, weil wenn man das nämlich hat, hat der 4-3- und Trampelschaden als 3-Mana-Kreatur. Nächstes Thema und auch ein sehr eigenes Deck sind in grün-blau die Frösche. Die Planschblatt-Mentorin, 4-Mana-4-4 mit Reichweite, zeigt uns, was die machen, nämlich eigene Kreaturen bouncen. Sie sagt zum Beispiel für 3-Mana, schick eine andere Kreatur deiner Wahl, du kontrollierst ins Exil und bringen sie damit eine plus-1-1-Marke unter der Kontrolle ihres Besitzers ins Spiel zurück wie eine Hexerei. Und damit will man hauptsächlich diese ganzen ETBs, die die Frösche haben, die Enter the Battlefield Trigger, sich nochmal holen. Wie bei einem Tümpel-Prophet, 2-Mana-1-1, wenn er ins Spiel kommt, sieht man eine Karte. Also der kann eine richtige Card-Raw-Engine dann in dem Deck sein. Das ist auch eins der Decks, wo dann tatsächlich zusammen durchbrennen in Limited ganz gut ist, weil eigentlich will man diese Karte selten spielen, wenn man nicht seine eigenen Kreaturen bouncen will, aber in dem Deck wollte das ja. Auch Schreiber aus 3-Baum-Stadt zeigt das, man macht irgendeine Kreatur zum Beispiel den Kartenzieher, den wir gerade gesehen haben, immer wieder auf die Hand zurückbringt und immer wieder ins Spiel bringt. Dabei ist aber auch wichtig, dass die nicht sterben sollen, wie er extra noch in seinem Text schreibt. Schwarz-Weiß hat auch einen tollen Kreaturentyp, nämlich die Fledermäuse. Und die Sternenblick-Mentorin als 5-Mana-3-5-Fliegend-Wachsamkeit zeigt uns, dass die Leben kriegen oder verlieren wollen. Weil sie sagt, wenn ihr am Ende eures Zuges entweder Leben gekriegt oder verloren habt, muss ein Gegner 3 Lebenspunkte bezahlen oder eine Nicht-Land-Permanent-Karte opfern oder eine Karte abwerfen. Also immer diese schwierigen Entscheidungen. Das Triggern kann dann zum Beispiel direkt der Mondschein-Kleriker als 3-Mana-2-3-Fliegend. Immer wenn er angreift, kriegt man einen Lebenspunkt dazu. Auch das Lebensschwur-Duo macht das eher als so ein Life-Gain-Thema 2-Mana-1-2-Fliegend. Und immer wenn eine andere Kreatur ins Spiel kommt, erhält man einen Lebenspunkt. Und ein Pay-Off dafür ist dann zum Beispiel auch die Common Sternenlicht-Wahrsagerin 3-Mana-2-2-Fliegend, die dann immer Überwachen-1 macht. Aber natürlich kann alles, wo man einen Schwarz Lebenspunkte für bezahlt das auch triggern. Was ich in Limited dann auf jeden Fall mal spielen will, ist das schwarz-rote Thema, nämlich Eidexen und auch Aggro und dass die Gegner Lebenspunkte verloren haben. Das zeigt Feuerglas-Mantor als 2-Mana-2-1, Eidex-Hexen-Meister. Wenn man in der zweiten Hauptphase ist und falls dann ein Gegner Lebenspunkte verloren hat, also durch Angriffe oder durch irgendwelche Schadenszauber oder was auch immer, schickt man die obersten zwei Karten seiner Bibliothek ins Exil, bestimmt eine davon, bis zum Ende des Zuges kann man sie spielen. Das Klassische erst hauen, dann bauen. Also erst irgendwie Schaden reinhauen, dann hat man mehr Card-Draw. Mehr Optionen in der zweiten Hauptphase. Spielt man dann zum Beispiel die Zundermäuchlerin als 3-Mana-3-2, kommt sie direkt mit einer Plus-1-Plus-1-Marke ins Spiel. Und man kann ihn für 2-Mana-Bedrohlich geben und so eine 4-3-Mit-Bedrohlich macht das schon ordentlich Ärger. Auch der Flammenpuffer-Gecko kann in der zweiten Hauptphase nochmal 2-Mana-Mehr machen für weitere Karten oder das Mana-Dreck nutzen, um einmal zu rummagen, also eine Karte abzuwerfen und eine zu ziehen. Aber auch wenn der Gegner da einen Haufen Blocker hat, kann man noch mit sowas wie der Achat-Klingen-Attentäterin, übrigens eine Assassine für die Assassin's Creed-Fans, auf jeden Fall einen Schaden durchkriegen und man kriegt sogar auch ein Leben, weil sie muss einfach nur angreifen, um den Effekt zu triggern. Und wir vollenden den Kreis, indem wir jetzt wieder bei den Eichhörnchen ankommen, nämlich mit Rankenzucht-Mentor. Die sind in Schwarz und Grün und haben das Hamstern, wie wir gerade schon gesehen hatten. Dafür müssen sie aber auch Speisespielsteine machen und das macht der Rankenzucht-Mentor, wenn er ins Spiel kommt oder stirbt. Als 2-Mana-3-2. Mit den Speisespielsteinen, die wir haben wollen, können wir zum Beispiel Kadaver-Bärenzüchterin triggern. Als 3-Mana-2-3. Zu Beginn des Kampfes im Zug können wir Hamstern und wenn wir Hamstern, legen wir eine Plus-1-Plus-1-Marke auf sie. Entweder unseren Friedhof ausräumen oder die Speise opfern, um sie größer zu machen. Haben wir dann noch das 1-Mana-1-1-Eichhörnchen- Knochenlageraufseher rumliegen, können wir für einen Lebenspunkt direkt noch eine Karte ziehen. Funktioniert auch, wenn man eine Speise für ihre 3 Leben geopfert hat übrigens. Natürlich will das Deck auch den Friedhof vollkriegen, deswegen ist Futter-Gier, wo passenderweise ein Eichhörnchen drauf ist, als 2-Mana-Spontan-Zauber, sehr praktisch, weil wir millen 4 Karten, können davon eine Permit wieder auf die Hand nehmen, die wir brauchen. Und falls wir noch ein Eichhörnchen kontrolliert oder ein Eichhörnchen auf die Hand genommen haben, machen wir noch einen Speisespielstein für das Hamstern. So, all das sind jetzt die Mechaniken und Synergien, die wir aufbauen, aber was machen wir, wenn der Gegner sowas auch hat und wir das unbedingt wegkriegen müssen? Natürlich Removal. Wir fangen mit Weiß an, ich zähle die guten Häufigen und nicht ganz so Häufigen auf, zum Beispiel Zurückweisung des Unheils. 2-Mana-Spontan-Zauber, man zerstört eine Kreatur mit Stärke oder Widerstand, Kraft 4 oder mehr. Das ist schon mal wesentlich vielseitiger als andere Versionen dieses Zaubers, die wir bisher gesehen haben. Zum Beispiel so Nahschlag, da muss es nämlich eine angreifende, blockende oder getappte Kreatur sein, die 4 Schaden kriegt. Hat man gerade noch eine Fledermaus, kriegt man übrigens 3 Leben, das ist dann auch wieder gut fürs Life-Gain-Thema. Die Abschiedsböe von Nils Hamm illustriert, ist mal wieder diese Art Weißer-Removal, der dem Gegner aber noch einen Token gibt. In diesem Fall mit einem getappten Fisch, den man verschenkt. Man kann es aber auch benutzen, schön vielseitig, um seine eigene Kreatur zu retten und dann mit einer Plus-1-Plus-1-Marke wieder ins Spiel zu bringen. Der guter Removal auf einer Kreatur ist zum Beispiel der Trübschweif-Koyote als 5-Mana-3-4. Wenn der ins Spiel kommt, schickt er eine gegnerische Kreatur ins Exil, solange wie er im Spiel ist. Und er führt sogar zu einer 4-5, falls die Stärke 2 oder weniger hatte. Und ein klassischer Reprint, aber immer wieder gut, bannendes Licht als Verzauberung, die jede nicht dann permanent wegkriegt. Im Blau muss man wieder ein bisschen mehr tricksen, zum Beispiel mit Sog des Langen Flusses, das ist der Neutralisationszauber in dem Set. Da kann man für zwei blaue Mana jede Kreatur countern oder dem Gegner noch eine Karte geben, falls er einen Nicht-Kreatur-Zauber hat, der einen richtig, richtig stört. Auch in den Schlund der Flut, da kann man was verschenken, nämlich auch einen 1-1-Fisch. Funktioniert ähnlich. Entweder wir zahlen einfach nur das Mana und bringen eine Kreatur auf die Hand zurück oder wir geben ihnen den Fisch und bringen irgendwas anderes auf die Hand zurück, was uns gerade richtig, richtig stört. Mit 6 Mana relativ teuer, unheilvolle Flut, aber bei uns zwei Kreaturen auf die Hand zurück, das kann natürlich Spieler am Ende entscheiden und man zieht sogar noch zwei Karten und wirft eine Karte ab. Nicht zu unterschätzen. Und auch Zuckerguss ist nicht schlecht, man macht mit Aufblitzen, mit einer Aura eine Kreatur oder eine Speise, was man niemals tun sollte, immer bitte Kreaturen, zu einem Speise-Artefakt. Das verliert alle anderen Kartentypen und Fähigkeiten, also es ist dann wirklich quasi nur noch ein Speises-Spielstein. Aber schwarz hat man wieder richtig viel, zum Beispiel als zwei Mana-Spontanzauber, der drei Mana kostet, wer man nicht gerade hamstern kann. Einfach zerstören eine Kreatur oder einen Planeswalker, das ist natürlich schon richtig gut. Oder man lässt den Gegner die Kreatur mit der höchsten Stärkeopfer mit von Gier verschlungen. Falls man ihnen dann sogar noch eine Karte geschenkt hat, kann man eine Kreaturenkarte aus seinem Friedhof die Hand zurücknehmen. Auch wieder sehr klassisch als Assassine-Fallwind-Kommando, stinkt die vier Mana-4-2 mit Aufblitzen. Entweder er gibt eine Kreatur minus 1 minus 1 oder er zerstört eine Kreatur, der bereits Schaden zugefügt wurde. Früher Winter ist so dieser klassische teure, aber häufig für fünf Mana kann man etwa eine Kreatur ins Exil schicken oder sogar eine Verzauberung, die sich aber der Gegner aussuchen darf. Und mit Erlegen haben wir die zwei Mana Zerstör eine Kreatur deiner Wahlkarte bekommen. Aber nur in Hexerei. Mal gucken, ob sich die in Constructed durchsetzt. Nächtlicher Hunger ist auch sehr gut als drei Mana-Spontanzauber, der auch jede Kreatur zerstören kann. Wenn man nicht unbedingt zwei Leben bezahlen will, was man aber meistens macht, kann man den Gegner aber auch noch eine Speise schenken. Dann kommen in Rot wieder die ganzen Schadenszauber wie Achat-Angriff als drei Mana-Hexerei, fügt einer Kreatur vier Schaden zu und schickt sie ins Exil oder schickt ein Artefakt ins Exil. Das ist immer schön vielseitig. Der Blütenschuss als Ankommen für zwei Mana schießt einer Kreatur zwei Schaden. Aber, wenn das agrotechnisch gerade voll in euren Plan passt, gebt dem Gegner auch einen Schatz, dann kriegt er nämlich noch drei Schadenspunkte. Mit am besten sind immer die zwei Mana-Spontanzauber, die drei Schaden machen, eine Kreatur dann Plainswalker, das macht hier Müllentsorgung. Falls man sogar noch einen Waschbär hat, kann man noch einmal rummagen. Interessant auch, dass Rot dieses Mal ein Fight-Spell oder ein Punch-Spell gekriegt hat, nämlich mit tollwütiges Nagen. Die Kreatur kriegt plus eins plus null und fügt sie einer Kreatur, der noch nicht kontrolliert Schadenspunkte in höherer Stärke zu. Und Rot hatte jetzt auch immer einen häufigen teuren Schadenszauber, das ist hier Elektrizität leiten als fünf Mana, die sechs Schaden schießt und sogar noch einen Kreaturen-Spülstein mit zwei Schaden meistens wegschießt. Den Punch-Spell eben haben wir natürlich auch in grün, aber hier ist es Verquappen als vier Mana-Spontanzauber, der aber für jeden Frosch, den man kontrolliert, ein weniger kostet. Und das ist auch einfach das klassische Schadenspunkt in höherer Stärke schießen. Der Flieger-Removal heißt dieses Mal Pfotenbeet-Formation, kann entweder einen Flieger oder eine Verzauberung zerstören oder man kann eine Karte ziehen und einen Speisespielstein erzeugen. Das kann natürlich auch sehr gut sein, wenn man das gerade braucht. Der Fight-Spell, also wo sich die Kreaturen gegenseitig Schaden zufügen, heißt diesmal Langstiel-Keilerei, kostet nur ein grünes Mana als Hexerei. Man kann einen getappten Fisch verschenken. Wenn man das macht, kriegt deine Kreaturen noch eine Plus-1-Aus-1-Marke und sonst kämpfen die Kreaturen einfach gegeneinander. Eine von dir und eine vom Gegner. Das Verquappen-Grade können wir auch für zwei Mana als Verzauberung mit Jäger-Talent kriegen. Auch ein sehr tolles Artwork, das erinnert mich an diese ganzen Kinderbücher, die diese Tiere immer hatten. Aber das natürlich dann auch am Ende noch mehr mit seinen weiteren Fähigkeiten als Klasse. Ich erwähne sie oft nicht beim Removal, aber man sollte natürlich immer an die Kampftricks denken. Zum Beispiel, wenn das sowas ist wie Überbehüten als zwei Mana-Spontan-Zauber. Eine Kreatur kriegt Plus-3-Plus-3, Fluchsicherheit und Zerstörbarkeit und Trampelschaden. Das ist offensiv wie defensiv verdammt gut. Und wie immer, wenn man in seinen Farben nicht genug gezogen hat, zum Beispiel in Sealed, kann man auch Hummelblumes Eintopf spielen, zwei Mana-Artefakt. Wenn sie ins Spiel kommt, kriegt man eine Speise, also gut fürs Eichhörnchen-Deck auch. Aber man kann in Hexereigeschwindigkeit für fünf Mana sie auch tappen und opfern und eine Nichtland-Permanent zerstören irgendwann. So, und jetzt immer der spannendste Part, wenn man die Booster öffnet zumindest, die Bomben. Mit als erstes natürlich einem direkt ins Auge gesprungen. Maha, deren Federn die Nacht sind. Geile Kreatur. Erstmal fünf Mana-6-5 fliegen Trampelschaden. Da kann man schon mal nicht meckern, das wäre allein schon gut genug. Dann Abwehr eine Karte abwerfen. Also der Gegner muss mindestens 2 zu 1 immer machen, damit er sie wegkriegt. Und dann, solange sie auf dem Feld ist, stirbt quasi jede gegnerische Kreatur, sobald man sie nur so ein bisschen schief anguckt, weil die alle nur noch Basiswiderstandskraft 1 haben. Wäre cool, die im Booster zu haben. Definitiv. Was ich da aber auch sehr mag, ist Ratte, Räuber, Brenn der Unbarmherzige. In blau und schwarz. Vier Mana, drei, vier, Abwehr, zwei. Das macht schon wieder viel aus. Und er nimmt alle gegnerischen Friedhof-Stacks auseinander, indem er nämlich alle ihre Kreaturen, die sterben, ins Exil schickt. Man will damit ihm viel Removal spielen, damit man das oft hat, denn er macht einem sogar noch 1 zu 1 schwarze Ratten. Die plus 1 zu 1 für jede andere Ratte kriegen, die man kontrolliert. Also schon mal von sich, wo allein die erste schon eine 2-2er ist dann. Wenn der nicht irgendwie sofort beantwortet werden kann, überrennt er den Gegner. Das ist ganz klar. Auch sehr interessant, finde ich, ein farbloses Land diesmal. Das ist ungewöhnlich für eine Bombe, aber guckt euch an, was das alles kann. Tümpelhaven. Land. Kann entweder farbloses Mana machen, ungetappt. Ist ja schon mal okay. Aber es kann sogar noch Karten ziehen, wenn man Spielsteine opfert. Das kann auch immer sehr gut sein. Es kann selber Spielsteine machen, indem man einen Lebenspunkt bezahlt. 1-1er machen, jetzt den Kohlen nicht fett, aber wenn das Spielfeld festgefahren ist und das dann immer, immer wieder passiert, dann werdet ihr das schon zu schätzen wissen. Und er kann sogar noch als Utility einen Schatz machen. Das werdet ihr wahrscheinlich nicht so oft brauchen wie die anderen Modi, aber trotzdem. Sehr, sehr gut. Auch für Commander. Dann gibt es einen Mythic Circle mit Zeit des Irgendwas als Hexereien. Und da finde ich die Schwarze am besten für Limited. Das ist nämlich Zeit des Verlusts als 5-Mana-Hexerei. Man kriegt immer 5 Pfoten-Marken, wenn man die spielt. Und dann kann man aus 3 Modi auswählen. Einer kostet 1 Pfote, einer 2, einer 3 Pfoten, was man machen möchte. Hier bei der Schwarzen ist es, jeder Spieler opfert eine Kreatur für eine Pfote, für 2 Pfoten. Sieht man für jede Kreatur, die gestorben ist, unter der eigenen Kontrolle eine Karte. Und bei 3 verliert jeder Gegner x Lebenspunkte, wobei x der Anzahl der Kreaturen in deinem Friedhof ist. Wenn es gerade richtig schlecht für euch aussieht, sagt ihr einfach, ja jeder Spieler opfert 5 Kreaturen. Deswegen ist das schon mal ein Boardwipe. Aber, wenn es nicht so viel los ist auf dem Board, kann man damit auch noch Karten ziehen oder dem Gegner Schaden schießen. Das ist halt auch schön vielseitig. Die anderen davon sind auch nicht zu verachten. Wo wir gerade schon bei Boardwipe sind, weiß hat natürlich auch wieder einen mit Anrufung des Sternenfalls. 5 Mana, man kann eine Karte verschenken. Man zerstört einfach alle Kreaturen. Hat man dem Gegner die Karte gegeben, kriegt man aber eine gute Kreatur natürlich, die so gestorben ist, wieder ins Spiel zurück. Es gibt wieder einen Planeswalker im Limited in dem Set. Nämlich Rahl, knisternder Verstand. 4 Mana für 4 Loyalty. Der kriegt einfach immer auch eine Loyalitätsmarke, wenn man nicht Kreaturzauberspruch wirkt. Das kann glaube ich krass stark werden. Aber er hat so dieses Klassische für Plus Kreaturen machen, für Minus Karten ziehen. Er macht nämlich 1,1 Blaue und Rote Otter mit Bravour, zieht drei Karten, wirft zwei Karten ab für Minus 3 und hat natürlich auch wieder eine Ulti, der ihm das Spiel gewinnt. Nämlich für Minus 10 zieht man drei Karten, kriegt ein Emblem, Spontanzauber und Hexereien, die man wirkt haben, Sturm. Das kann man natürlich besser und constructed ausnutzen, aber allein die ersten beiden Modi werden in Limited schon den Gegner so unter Druck setzen, dass der euch wahrscheinlich viele Spiele gewinnen wird. Ich finde auch sehr interessant den fruchtbaren Grünpanzer als 5-Mann-A4-6 mit Reichweite. Sondern man 10 oder mehr Länder kontrolliert, erhalten Kreaturen, die man kontrolliert, plus zwei, plus zwei. Ist in Limited jetzt außer in langen Spielen nicht so leicht, aber er macht es ein bisschen möglicher, indem er nämlich direkt, wenn er ins Spiel kommt, eine Karte zieht und falls es ein Land ist, sie getappt ins Spiel bringt. Das macht er aber auch für jede andere Kreatur, die ihr habt, deren Widerstandskraft höher ist als ihre Stärke, wenn sie ins Spiel kommt. Also kann man da schon ein bisschen drum bauen auch. Natürlich ist auch jede der Mythics, die haufenweise Spielsteine machen kann, wie Kriegsführer des Baus. Sehr gut. Die absolute Kaninchenkarte, 4-Mann-A4-4 mit Nachwuchs 2. Und wenn man den Effekt direkt zweimal auf dem Board hat, geht es natürlich ab. Denn immer wenn man irgendwie angreift mit irgendwas, kann natürlich auch irgendein Spielstein dann sein, macht man einen getappten, angreifenden 1-1-weißen Kaninchen-Kreaturen-Spielstein oder kann angreifenden Kreaturen plus 1 plus 1 geben. Und auch wieder so eine richtig böse Mythic ist diesmal in schwarz-grün Ikra die alles-verschlingende. 5-Mana-6-6 mit Abwehr eine Speise opfern. Da hatte ich gedacht, dass sie gegen manche Decks einfach unbesiegbar ist, aber sie macht es möglicher, indem sie nämlich alle anderen Kreaturen zusätzlich zu einem anderen Typ zu Speise-Artefakten machen. Bisschen komisch, wenn ihr gerade dem Gegner killen wolltet, ihr dann einfach jede Kreatur für 3 Leben opfern kann. Aber wenn er das natürlich macht, hat er weniger, was er opfern kann, um Ikra mit Removal wegzukriegen. Und außerdem wird sie dann auch immer, immer größer, weil sie immer 2 plus 1 plus 1 machen kriegt für jede Speise, die geopfert wird. Auch eure eigenen übrigens. So, ich glaube, dieser Überblick hat euch jetzt schon ein bisschen geholfen. Ich kenne jetzt nicht so ein bisschen die Mood, sondern auch die Themen und alles, was ihr braucht. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß bei eurem Limited-Event, entweder im Laden oder wenn ihr ein bisschen was auf Arena zockt oder unter euch mit Freunden. Das wird auf jeden Fall ein tolles Set für den Sommer. Wird auch viele neue Leute ins Spiel bringen, die jetzt schon mega auf die Artworks abfahren und die ganzen Tiere, die sie dort sehen. Wird für die Leute, die mit Magic Foundations auch reinkommen, sehr interessant. Und ich hoffe, dass die Leute dann auch damit direkt mal Limited ausprobieren und dass ihnen dann dieser Guide dabei geholfen hat. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr noch für Anmerkungen fürs Limited habt in diesem Set oder für das Set allgemein. Liked und abonniert gerne, wenn ihr meinen Magic-Content mögt und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020